Erwecke dein inneres Strahlen. Lerne eine neue Lebenskraft kennen. Pure Energie zum Trinken. Täglich für ein rundum ideales Wohlbefinden. Mit dem besonderen Aloe Vera Gel von Forever Living Products und der Energie von über 1000 Sonnentagen. Reinste Natur. Die Aloe Babadensis Miller. Seit Jahrtausenden für ihre erstaunliche Wirkung bekannt. Für unser Aloe Vera Gel wird das Blattmark per Hand aus der Pflanze herausgeschält. Diese Art der Verarbeitung ist einzigartig und gibt es nur bei Forever Living Products. Hol dir die extra Portion Power aus der Kraft der Aloe. Eine Vielfalt an Vitaminen und Inhaltsstoffen lässt die Lebensgeiste aufblühen. Von innen wie von außen. Der beste und einfachste Weg zur täglichen Unterstützung der natürlichen Abwehrkräfte und zur Aufrechterhaltung des Immunsystems. Genieße ein rundum gutes Gefühl. Dank eines einzigartigen Energielieferanten mit Mono- und Polysacchariden, Mineralien, essentiellen und nicht essentiellen Aminosäuren, Enzymen. Behutsam verarbeitet in einem besonders schonenden patentierten Verfahren. Schon ein Glas deckt den täglichen Bedarf. Ideal für alle, die ein aktives Leben führen. Bestens versorgt bei allen täglichen Herausforderungen. Genieße die Kraft der Sonne. Strahle. Mit dem Aloe Vera Gel von Forever Living Products. Das Original. Nur von der Aloe Vera Company. Das Spiel so sehr'deend sein. Untertitelung des ZDF, 2020